Lade Konversationen. Überleben eines Tronados. In einem Haus mit einem Keller. Gehe zum Keller. Verstecke dich unter einem soliden Schutz. Benutze einen Kopfschutz. Vermeide Fenster. Bleib nicht unter schweren Gegenständen stehen. Sie könnten herunterfallen und dich zerquetschen. In einem Haus ohne Keller? Okay, haben wir ein bisschen mehr zur Verfügung. Dafür kostet das hier auch ein bisschen mehr. Oh je. Dann beginnen wir mal. So, fängt ja schon mal direkt gut an. In den ersten zwei Sekunden der erste Einsatz. Da kommt doch aus dem, was wird die Säger? Die somos die Säger? Ich Copy, gehen. Was werden die Orden? Affirmative. Deine Frau, Sie haben drei, hier sind 2! Run for das Schrauben an. 7, 8, 8, 5. 11, 25, kann man gehen zu dem Radio Room? D39, Gerbier 91. Ich bin ein paar Minuten. Case resolved. 9-1-1, what's your emergency? Oh my god! Oh my god! Sir, what's happening there? My daughter! My daughter! No. What happened to your daughter, sir? Why did you do that? My little girl. Oh my god, I just found her! She's dead! Fuck, das war das letzte, was ich wollte. Drugs! There are syringes all around her. I don't know Drugs. Now, I love she's dead! What's the address you're calling from? Okay, sir, we're going to get ambulance on the way. Have you checked her pulse? Yes! Yes! There's no pulse! There's no pulse! She doesn't have a heartbeat! Her heart stops! Is her body completely cold? She's cold! I love my baby! I'll send a patrol there. Please stay where you are and try not to move or touch anything. She's cold! She's cold! 2247! I copy! Go in there! 13 King 84! Arnie, I'm on death! Head for! 13 King 84! Moment, der fährt jetzt von der schweren Vergiftung weg. Ich hab nicht so viele Krankenwagen. Da oben der nächste Krankenwagen. Aus dem Krankenhaus, dann soll er hier hin. Und hier weiß ich auch nicht, was ich noch machen soll. Ich hab nicht so viele Ärzte. Wo soll ich die alle hernehmen? Ich hab nicht so viele Ärzte. Ich hab nicht so viele Ärzte. Was ist die Adresse, wo das passiert, Herr? Es passiert... Ich hab nicht so viele Ärzte. Wann wurde dein Auto verloren? Jetzt! Ich habe die Ärzte gesehen, die in meinem Auto zu fahren. Ich sende jemanden, um sie zu holen. Ich blöde sie. Wie viele Ärzte gesehen, haben Sie? Es waren zwei davon. Okay, ich werde deinen Unterwerf brauchen. Kannst du mir das bitte angeben? Fuck you 2022. Do you have any FCOs with FTPO in 12? FCOs with FTPO in 12? What do you want 10 for? 2247 West Monroe. Do you have any FCOs with FTPO? Do you have any FCOs with FTPO? Waiting for orders. Heading over there. Secure off center replace the Secure. F1K, F1K, we're fine. D39 is going to be in 12. Ach scheiße, der hat ja hier sollen. Requesting support. Requesting support. I'll wait for an allocation on the 77 ID. Okay. Ich brauche definitiv... Ich brauche hier definitiv mehr Einsatzfahrzeuge. Ich weiß nicht mehr wo zuerst hin. Ich brauche hier auf der Ukrainie zu wenden. Ich brauche hier zuwenden. Das ist klein, was das zuste. Ich brauche hier zuerst. Ich brauche hier zu gehen. Ich brauche hier zuerst. Ich brauche hier zuerst. Ich brauche auf das Köln. Cuz das ist jetzt so großartig. Die leibende Rechte. Er hat irgendwelche Schmerzen? Nein, ich denke, er ist nicht. Ist er breathierst? Ja, das ist so schlecht. Ich denke, du kannst ihn dann. Okay, danke. F1K, F1K, wir fahren. Ich schicke hier mal noch einen hin. Und die Verstärkung? Ich komme hier nicht mehr nach. Wer fährt dahin? Das ist wirklich stressig. Ich brauche noch ein paar Fahrzeuge mehr dafür. Was ist denn das hier überhaupt? Schlehnerei. Mhm. Ja, hallo. Ich weiß nicht wirklich, wie es zu sagen, aber... Ja. Ich denke, mein Mann ist ein Künstler. Entschuldigung, was du meinst, Frau? Ich meine, ich denke, er macht Drogen. Ah, okay. Warum denkst du das? Ich habe wunderschöne Schmerzen, veröffentlicht mit etwas in unserem Kühlschrank. Und sie schlafen ziemlich schlecht. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Mein Mann ist ein Chemiker, aber warum würde er das brauchen? Was hast du in den Vessels? Was für mich in den Vessels? Was habt ihr in den Vessels? Die smell der Geräusche sind aus den Vesselsen? Ja, sicher. Oh, es schmeckt! Ich brauche Sie zu senden jemanden hier. Was ist das? Wer soll ich da jetzt schicken? Ich hab im Moment keinen. Sind alle irgendwie beschäftigt. Wenn die hier fertig sind, müssen die hier hin? Was ist das hier? Wo hat der Anlieges achtet? Eine Ralle. Ich brauch den Polizeikarren hier. Hilfe! Oh, okay. 10-4, thank you. Do you have any... 911, what's your emergency? I want to report a fire. Where are you, sir? In front of... So what's on fire? I guess it's a living room. I need you to be more specific, sir. Is the room in a house or an apartment? It's part of the house. Alright, so how big is the fire? It's kind of big, like the size of a bonfire. The fire department is on the way. Okay. Do you have any FCOs with a PPO in 12? I'm listening. Understood. I need room? Yeah, I'm leaving Ashley. That's gonna be a 9-10-11. Sure, we're going to the other 10-11. 1-13, Lieutenant. Standing by. Ugh. Endlich. So, here's one. So, there's one here. Then hold you the house. We're done here. They're not the entire motorhome. That's the whole motorhome. I have to do it. I have to do it. I can't get it. What do you want? I can't get it. Ready for the next case. We have to do it. Wir haben wenigstens langsam alles ab hier. Wir landen 27.500. Ich kann mir hier noch nichts kaufen, weil ich schon nicht Geld dafür habe. Hä? Okay, mir fehlt jetzt... Ah, okay, die Motorrad, die wurden verletzt. Deswegen fehlen die mir jetzt. Gott sei Dank. Die Feuerwehr sind auch gut. Die brauchen wir jetzt. Und schon werden die Bullen hier schneller da sein als die hier. Ja. 9-1-1, was ist deine Überraschung? Hi, ich möchte zwei Argüengen sagen. Sie schreien und schreien sich auf die Kugel. Ich bin froh, dass sie in jedem Moment starten. Okay, woher du von? Das ist die Fahrrad. Das ist die Fahrrad. Das ist die Fahrrad. Das ist die Fahrrad. Hallo? Das ist die Fahrrad. Das ist die Fahrrad. Das ist die Fahrrad. Sie wissen, was die Leute sehen, sind arroxes Kleinker? Ihre Frau, ist Hefte ausges searched. Die Schrauben sind die Schrauben. Sie wissen, die Schrauben der SUV des Schrauben sie sich verletzten? Nein, sorry. Ich verstehe. Ich werde die Schrauben beobachten. Okay, bye. Ich komme über und bin jetzt raus. Die Schrauben sind gerade in der Mitte. Auf 10, 3. Ich habe die Schrauben. Die Schrauben sind gerade in der Mitte. Sie haben die Schrauben, bitte. Noch hältst diesen Grenzen, das hältst du noch ganz gut auf, was ich wo brauche. Scheiße, die waren zu langsam. Jetzt geht es rund. Ach du Kacke. Ich brauche noch... Einen Arzt? Ist der jetzt wieder am Gebiet drin? Ja. Um... Sie sind gefährlich? Sie brauchen die Polizei? Polizei? Nein, keine Polizei. Wir brauchen nur eine Ambulanz. Was ist die Adresse, die du kennehst? Was hat genau zu deinem Arbeitgeber passiert? Ich verstehe. Ich werde da eine Ambulanz senden. Okay. Okay. Noch kaum nicht klar. Noch geht alles irgendwie auf. Jetzt wird es eng. Ja, jetzt wird es langsam eng. So, solange die Krankenwagen fahren, sind sie beschäftigt. Ja. 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 Wie soll ich das machen alles? Was? Zu oft gesagt, wenn ich klarkomme. Was geht die Abonnieren? Super. Ja. Was sind die Abonnieren? Ja. Was sind die Abonnieren? ridiculous. Chbild, danke. 9-1-1. What's your emergency send people here now okay sir what happened a plane has crashed into a house Is anything on fire? There's some smoke coming out of the rooftop but I can't see the plane. Can you tell if there's anyone inside the house? No. A woman ran outside. She said she was alone and she's not injured. But I can tell she's in deep shock. What type of plane? A large one or a small one? A small one. Two-seater, I guess. Is there anyone else there who's injured? I think whoever was in the plane is dead. I'm not sure. I can't see them. Can you make it through to see if there's any survivors? You sure I should go in there? Not if there's any danger to you in any way okay? Then I better stay. Send someone here quick. Okay. Emergency services are on the way. They should be there soon. Hurry. I don't have a fireman. I think I have no medical care. I have no medical care. I think I have no medical care. I have no medical care. I think I have no medical care. I have no medical care. Stand by. D39 is going to be a 91. I have to pick up a minute in the task. D39 has a visual. Testization will be a charge man. BCG. B ART 5DDO 10-5awso location? We can't do it now. Taken store orders. D3910 particles. 10-4. I can wait for the location on the 77i take. Injured onboard. I am concerned as always during the game. D39 damage. D39 damage. D39 damage. Ich habe eine Begründung. Sorry, 10-4, thank you. 13-Kang, 84. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. 10-4. Okay, okay. 10-4. Okay, okay. 10-4. 113 Lieutenant, 10-11 on 116-32. 10-4. 10-5. 10-4. 10-4. 10-4. 10-4. 10-4. 10-4. 10-4. 11-6. 11-7, 11-9. 11-7, 11-12. 11-7, 11-12. 11-9. 11-14. 11-8. 11-13. 17-9. Olmarterlu. 11-ami mit dem Autor shifted. 11-9. 13-9. sie Classic. Und mein icotent für Selbst Stück. Die Effizienz hält sich aber starken Grenzen aktuell. Die Effizienz hält sich aber starken Grenzen. Die Effizienz transportieren wie früh. Kann er den ins Krankenhaus bringen und wird dann wieder leer? Was sagt minus 6? Zeit abgelaufen, Zeit abgelaufen, Zeit abgelaufen, Scheiße. Ich habe immerhin 14.000 gemacht. Drei Feuerwehrmänner verletzt, Scheiße. Sind jetzt weg. Was mache ich denn da, wenn ich schwer habe? Das Problem ist, ich kann das Geld nicht mit in die nächste Stadt nehmen und fange dann immer wieder meine Null an. Achso, hier kann ich neu besetzen oder wie? Okay, ich mache hier nochmal einen kleinen Cut. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, weil eigentlich ist das ganz witzig. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.